Sega Flicky Genau das spielen wir heute Wir sind der kleine blaue Knopfel da Und wir müssen die Chips retten Die Tiger und Iggy sind unsere Feinde Wir können Sachen auf die Gegner werfen Und ich werde Am Anfang eines jeden Levels Einen Safe State setzen Da das Spiel Wahnsinn schwer ist Und wir stets Und ständig Aufpassen müssen Wo wir hinspringen Ja und es gibt halt 48 Level Okay jetzt bleiben wir mit einem Streich Das ist super So Zack Unos Level Da mache ich kein Safe State So Und zwar So So Ha Perfekt So mal gucken ob ich überhaupt Safe State benutze Also Benutzen im Sinne von Ähm Planen werde So Danach ist alles Ganz schön chillig So So Ja Die Gegner geben auch Bonuspunkte anscheinend. Wüsste ich auch noch nicht. Ist okay. Genau, und da haben wir es schon wieder. Und das müsste jetzt wieder Bonus... Ne, hatten wir ja, oder? Ja, hatten wir nicht. Genau, oder? So. Oh je. Aus. So. Gut. Oh je, oh je. Junge, junge, junge. Hoi, hoi, hoi. Holla, die Waldfee. Hoch, hoch. Hoch. Abliefern. Und das war's. So, ach so, ja. Gut. Ah, schade. 3 habe ich jetzt nicht. Okay, gut, 17. Aber immerhin kriegen wir Punkte. Das ist gut. Oh, okay. Wollte ich jetzt nicht, aber... Okay. Ui. Ist halt auch mit Geschick verbunden. Größtenteils. Okay. Ah, da habe ich jetzt zu lange gewartet. Oh oh. So. 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 Ach, nö. Gut. Rein und ab dafür. So. Weiter. Okay. Ja, das ist halt immer wie in einem Panorama. Gestaltet. Okay. Ja. Okay. Mal ein erwischt. Ja, die können auch Wandsprünge. Darauf muss man auch aufpassen. Aber, ja. Wir haben es ja schon geschafft. Und. Nächste Runde. Oh oh. Oh oh. Oi, oi, oi. Okay. Nochmal. Solange wie ich noch Leben habe, werde ich kein Safe-Sort planen. Nur im aller nötigsten Notfall. Oh oh oh. Ah, nein. Ah. Okay. Da war ein kleiner Käfer. Ah. Ah, scheiße. Ihhh. Ihhh. Ach, ich mag dich nicht. Ernsthaft. Biu 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 biu. Ist da überhaupt noch was? Nee, ich muss doch einfach nur hoch. Mein Gott. Was mache ich mir denn so schwer? Ja, natürlich. Super. Ja, toll. Ein Leben noch. Ah ja, Bonus-Runde. So. 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 Haha. Und es gibt wieder ein Leben dazu. Jubi jubi. Ah ja. Biu biu biu. 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 Biu biu. Biu biu. Biu biu. Biu 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 biu biu. Okay, aber noch kein Game Over. Das ist gut. Ui, nicht wackeln jetzt. Hoppsalala. Uiuiui. Falsche Richtung, Flicky, falsche Richtung. Uiuiuiui. 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 Hoppsalala. Hoppsalala. Uiuiui. So. Okay, das verformen sie jetzt alle, glaub ich. Und jetzt hinunter und... genau. Gut. So. Gut. Mal schauen, wo geht's lang? Okay, mach erstmal hier rein. Genau. Und du jetzt noch. Und dann. Bonusrunde. Uiuiuiui. Okay. Okay. Einen hab ich schon mal nicht. Zwei hab ich nicht. Okay. Macht nix. Es geht weiter. Oh je. Oh je. Electricity. Okay. Okay. Ja. Ja. Und ja. Und. Alle abgeben. Danke. Und dein Leben dazu bekriegt noch. Super. Ich weiß nicht wieso, aber ich hab ein gutes Gefühl. Und kaum sage ich das, wird schon wieder irgendwas schief gehen. Ich kenn mich doch. Ei. Ich wusste es. Hallo. Ah. Okay. Letzter Versuch. Okay. Ich nehm schon mal was mit. Aber. Ne. Das war's jetzt. Gut. Oh je. Kann man bedenken, dass noch so viele Levels vor uns stehen. Übrigens. Das sind die gleichen Flickies. Ha. Das sind die gleichen Flickies wie die aus Sonic. Deswegen war dieses Spiel auch auf der Sonic Mega Collection Plus dabei. Ja. Okay. Geh ich halt mal unten lang. Hey. Ach. Kage. Hallo. Ich hab doch getroffen. Okay. Von oben. Okay. Oh ne. Hey. Hallo. Ich treffe. Warum zählt das nicht? Unfair. Das geschieht. Komm her. Ach jetzt willst du das? Doch so. Ja. Natürlich. Ach Mensch. Mensch. So. So. Haha. Okay. So. Oh nein. 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 Und ich habe nicht verloren. Runde. So, Ei! Wo wollt ihr denn hin? Gott! Ja, hab ich gutchen gekriegt! Hab ich gutchen gekriegt! Und ja. Oh, ja! Space! Oh, ja! Ich habe noch nicht gewusst! Oh, ja! Oh, ja! Okay! Oh, ja! Oh, ja! Ah! Nein, nein, nein! Gut, ich habe gespeichert! Das wäre jetzt ein Schock! Oh, ja! So, Iiiiii! Iiiiii! Mein Gott, das kann man nicht schaffen. So, nützt mir eh nix. So Hey, ich hatte ein Telefon vor meiner Nase, hallo? Ja Hört sich zwar komisch an, ist aber so Ui, ui, ui Komm schon, weg, 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 weg Na, entscheid dich, du Sparken Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit Hallo, Telefon Geh doch mal ran, ey Ey Nee Ach, komm Ach, komm schon Falsche Richtung Oh, nee Ach, Mann Wo soll ich denn da noch hin? Ach, shit Ja, danke Juhu Dankeschön Es kommen ja schon die nächsten Sparten, aber Oh, Gott Das war jetzt was Du Ui, ui, ui Gut Runde 21 Okay Los, gut Hab ich jetzt noch die Sprungtaste gedrückt Okay Los, schnell noch rein Ja, das war wieder ein Level, wo ich sage Ja Chillig Und das nächste Level Und das nächste Level Ja 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 So Ui, ui, ui Okay Hey Nein Nein Los, die Hälfte will ich wenigstens noch schaffen hier Schaffe ich eh nicht, aber trotzdem Okay Yes 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 Runter, 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 runter Danke, danke, danke Aber trotzdem runter, runter, runter Und wir haben endlich wieder ein Leben Bonus Ja So Ui Oh Gott, besoffene Vögel Nein Oh je Oh je Yeah Perfekt So Mal wieder was Clash Na, was alt ist Gut Sehr schön Sehr schön So Zack Alle Hop Alle Hop Alle Hop Okay Oh Weyer Ja Sehr schön Gut An dieser Stelle Ja Sage ich Bis zum nächsten Part Freunde Bis dann Und ciao Falten Ja Nein